Und dann war dieser Herr da und habe mich gefragt, was war Ihr schönstes Weihnachtsfest? Und ich habe gesagt, das kann ich schon erzählen. Ich kann mich erinnern, weil mein Vater ist dann herausgekommen aus der Kriegsgefangenschaft und dann hat er, wie der Baum brennt hat, die Zinssoldaten herausgeholt und hat mit den Zinssoldaten die Schlacht vom Ferdin aufgebaut. Weil mein Vater gesagt hat, wenn er die Schlacht vom Ferdin aufbaut, dann schaut es für diese scheiß Franzosen nicht immer so gut aus. Dann können wir Deutsche auch einmal ein Wärterl mitreden. Und dann hat er noch die dicke Bärta herausgeholt, so eine Kanone, Morstrum, und hat zu mir gesagt, Bubi, pass auf, die Zinssoldaten auf, und da sind die Uleinen drin, auf die brauchen wir dann noch, musst du Obacht geben. Und die Schlacht vom Ferdin hat sich aber lange hingezogen. Und ich war ja noch klein und mir war fad. Und dann habe ich so einen Uleinen, so einen Bleisoldaten herausgeholt, einen Reiter, und habe ihn mit dem Kopf in die Kerzenflamme hineingehalten. Und er schmolz. Und das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich noch eine Uleinen heraus, und auch geschmolzen. Und das war wunderbar, weil ich eine Bleikugel bekommen habe. Und daraufhin habe ich dann das ganze Bataillon geschmolzen, und habe so eine Morstrumkugel gehabt. Und das war sehr schön. Und dann irgendwann ist mein Vater aus der Schlacht vom Ferdin herausgekommen und hat gesagt, wörtlich, Bubi, jetzt auch schnell, wo sind denn die Uleinen? Jetzt reißen wir dem Franzosen den Arsch auf. Und dann habe ich meinem Vater die Bleikugel in die Hand gedrückt. Und dann hat mein Vater gesagt, du Sau und du Verrägter, jetzt kracht gleich viel mehr als im Ferdin. Und dann hat mein Vater mich verprügeln wollen, aber damit er gescheit zuhauen kann, wollte er sich stärken und ist auf den Balkon hinaus, wo wir ein Bierdepot gehabt haben. Und mein Vater geht auf den Balkon und weiß aber, so heu war, so glatt, ist er ausgerutscht und ist vom Balkon abgerutscht auf den Balkon, wo unter uns auch ein Balkon war, wo auch ein Bierdepot drauf war. Und mein Vater hat sich Quetschungen geholt und Fraktur und haben sich in den Spital gebracht. Und mein Vater ist überhaupt erst lang nach Heilig Drei König wieder zurückgekommen. Und da hat mich mein Vater am Heiligen Abend nicht mehr verprügeln können. Und das war doch schönst du in uns, was ich will in den Korn. Applaus 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 Applaus